energetische programmierung auf deinem gesundheit deine energie steckt in deinem chakral system wir öffnen gleich deine chakren für deine gesundheit für dich wir öffnen dich für dein neues leben voll gesund für den körper geist und selle einatmest du bitte mit jeder atemzug du wirst offenen deine chakral system tief einatmen in deinem unterleib und du hoffnest eine rote und denkst du auf eine rote farbe in dir wächst und verbreitet mit anderer atemzug der offenes zweite chakra und denkst du auf deine gelbe licht orange gelb geht in dein leben befreit dich und offne dich für neue und deine sonne in deinem bauch wächst tief breit und dass die grüne farbe die grüne farbe in dein brust wird ein herz offen etwas für neues für neue liebe du deine gesundheit denkt ob deinem gesundheit immer dein hals offnet und du kannst frei sagen ich bin gesund ich bin frei und dein dritte auge du kannst weit sehen deine perspektive in dein leben weil du bist gesund du gehst neue ziele und deine krone verbindet dich mit universelle struktur welche beobachtet dich für dich für deine gesundheit denkst du auf einen punkt das ist mein ring und tief einatmen von dieser ring und ich programmiere dich für deine gesundheit für deine liebe zu dir selber und du bist offen für gesundheit tief einatmen und konzentrierst du auf einen besonderen punkt auf meinem hand ich programmiere dich für deine gesundheit für dich für deine familie für ganze universum wir brauchen wir brauchen dich du bist voll gesund du bist energie voll ich sage für dich und du weißt du bist gesund 1 2 3 du bist frei ich sage Ihnen